Ich begrüße ganz herzlich bei mir den geschätzten Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Thomas Gutschka. Herr Gutschka, Donald Trump bei der Queen und trotzdem selbst vor diesem Jahr sehr erhabenen Besuch, das hat auch ein US-Präsident ja nicht alle Tage, ging es wieder voll los in Richtung Londoner Bürgermeister. Gehört das zu seinem Programm? Muss er so liefern? Ja, das scheint sein, naturell zu sein und es gibt für ihn eben keine diplomatischen Geflogenheiten. Interessant ist aber auch die Attitüde dahinter. Er tritt ja jetzt eigentlich so auf, als würde er als Kolonialherr ein kleines abhängiges Land besuchen und sagt dann eben mal so, der Bürgermeister dieser Millionenstadt, der ist eben dumm und ein Versager. Das ist schon sehr interessant, denn eigentlich ist ja umgekehrt, die Briten betrachten Amerika immer noch so als Kolonie und auch ein bisschen als die ungezogenen, ungebildeten Neffen. Er hat das umgedreht, aber umgezogen war es mit Sicherheit, was er da getan hat. Dann sind wir ja direkt bei seiner Brexit-Position. Er macht ja keinen Hehl daraus, dass Boris Johnson sein Favorit wäre. Nigel Farage gefällt ihm auch ganz gut. Wie wird er diesen Besuch in Großbritannien jetzt dafür nutzen? Also offenbar gibt es morgen eine Einladung für Farage und für Boris Johnson. Wenn dann das Abendessen in der Residenz des amerikanischen Botschafters stattfindet, dann ist Donald Trump der Hausherr. Heute Abend ist er ja beim Staatsbankett im Buckingham Palace. Da kann er nicht die Ordnung, die Gästeordnung beeinflussen. Morgen hat er das getan. Diese Gerüchte gibt es schon länger und das scheint sich jetzt zu bestätigen. Naja, und das ist die Macht der Bilder, der Tweets. Er wird sicher den auf die Schultern klopfen, sich mit ihnen fotografieren lassen. Und so wird dann auch jeder sehen, dass meine Kandidaten, man muss natürlich dazu sagen, ob das den Kandidaten wirklich hilft, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Das wäre meine Nachfrage. Der Kampf bei den Tories ist ja wild in Brand. Johnson gilt als vermeintlicher Favorit, aber hinter den Kulissen spielen natürlich noch ganz andere Dinge eine Rolle. Ist das tatsächlich hilfreich für ihn in den Zeiten, in denen Großbritannien ja nicht genau weiß, in welche Richtung es will? Also die Tories sind natürlich die Partei, die dieses Special Relationship mit Amerika besonders, denen das besonders am Herzen liegt. Und wenn er dann auch noch zwei, drei Sätze sagt, die sich so verstehen lassen, dass er ganz schnell mit Boris Johnson ein Handelsabkommen schließen wird, wenn er dann ganz schnell aus der EU austritt, dann hat zumindest Boris Johnson und auch Nigel Farage das, was sie wollen. Natürlich ist das alles ein großes Theater. Trump mischt sich ja schon seit zwei oder seit drei Jahren in die Innenpolitik im Vereinigten Königreich ein. Also ich glaube, der Effekt ist doch sehr begrenzt. Blicken wir noch auf den US-Präsidenten Stück weit. Der ja sehr respektierte deutsche Diplomat oder ehemalige Diplomat Jürgen Krobock kommt von einer Amerika-Reise zurück ganz frisch und sagt, es ist unfassbar, was er erlebt, wie viele Menschen immer noch hinter diesem Präsidenten stehen. Und er meint das nicht so nach dem Motto, das seien wenige, sondern er hat gesagt, es ist wirklich auch intellektuelle. Wie lässt sich das erklären? Es ist eben diese völlig polarisierte Gesellschaft und er ist nun mal derjenige, der für die andere Hälfte steht, gegen dieses klassische liberale Establishment. Deswegen bleibt den Konservativen ja auch nichts anderes übrig, als sich hinter ihm zu versammeln. Dazu kommt der Effekt, jetzt bei der nächsten Wahl wird Donald Trump aus den eigenen Reihen nicht herausgefordert werden. Also alle, die diesem Spektrum sich zugehören und die eigentlich Bauchschmerz nahmen mit Donald Trump, die müssen noch weitere, die müssen noch warten, wenn er wieder gewählt wird. Womöglich weitere vier Jahre. Jedenfalls wird es so schnell keinen Herausforderer geben. Ja, es ist Ausdruck einer gespaltenen Gesellschaft, wo Trump dann eben die Stimme eines bestimmten Teils Amerikas ist und auch weiter so wahrgenommen wird. Er wird zum Ende seines Besuches in Großbritannien an den D-Day-Erinnerungen, Gedenkveranstaltungen teilnehmen dort. Wird er das auch möglicherweise für irgendwas nutzen? Blick NATO, zwei Prozent, also Dinge, die da eine Rolle spielen. Oder wird er da es möglicherweise schaffen, ganz Staatsmann zu sein? Also es wird, glaube ich, eine kurze Visite sein. Er wird ja auch Emmanuel Macron ganz kurz treffen. Das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, eine große Rede steht gar nicht auf dem Programm, vielleicht auch wohlweislich. Trump selbst hat sicher überhaupt kein Gefühl für dieses Gedenken und für diese Art auch von Zeremonien. Als er das letzte Mal da war, sollte er einen Soldatenfriedhof besuchen und das hat er dann ausfallen lassen, weil es geregnet hat. Ich sage herzlichen Dank für den heutigen Tag, Thomas Kutschka. Gerne.